ich habe entschieden willkommen das heißt death drop da ist die party am abend vielleicht fällt ihr auch aus weil es kein feuerwerk gibt woher das hier ist die menschen und hier unter der unter der menschen ist diese rätselkarte das heißt das hier ist die menschen und da ist doch das der weg wo sie runter gejammt sind und da ist was markiert knapp unter dem fenster aber da ist irgendwie nichts okay gehen wir mal vom fenster aus lang zwischen den beiden räumen da ist auch was markiert mit dem fragezeichen und da unten ist noch was hinten im kleinhaus da ist die rampe zum runterspringen da ist knapp neben dem fenster 5 meine fresse twitch chat schreibt euch auf 5 ich weiß zwar nicht an welcher position aber 5 okay hier dazwischen zwischen den zwei häusern ich habe ziemlich hilfreich zu wissen wo wir gerade sind aber wir dürften genau da okay wir dürften da sein das heißt hier ist das eingezeichnete gewesen also was sehe ich von hier wo ist hier etwas kommt twitch jetzt sucht mal mit wir suchen eine eine nummer eine nummer während wir hier sind was wie genau die aussieht keine ahnung wo genau sie versteckt ist keine ahnung eins okay schreibt euch auf 1 das andere war da welches am haus so bei oben drüber und das kleine ding wäre also ich hier dann vorbei oben drüber das da ich habe keinen loop reset mehr also jetzt möglichst nicht sterben be pretty bad be pretty bad be pretty bad ähm ja danger also ich habe zumindest diesen ort als das hier gelesen ein also lasst uns einen moment suchen wo hier etwas stehen könnte drei schreibt euch auf drei die frage ist halt in welcher kombination aber naja entweder von lowest to highest oder von highest to lowest ansonsten alternativ haben wir halt 16 verschiedene möglichkeiten die wir durchgehen müssen das ist akzeptabel okay das haben wir das haben wir das haben wir und was ist mit dem ding jetzt also wir haben das das und das aber was heißt das da punkt reflektion 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 plein und das ist hier Oh, es sind nur drei Kombinationen. Ich habe nach fünf gesucht. Welche Kombination habe ich nicht durch? Die Glyphs clearly correspond to position around up them, is this program equipped? The innocent location, some of them bear plagues, about bad luck, mismere related, who made the glyphs? Montague, a secret game, almost felt like getting here in the morning, end up with bad luck plague, to my own, do not vertically indicate other position relative to the first, they do, confirmed. Sorry, es gibt doch nur drei Kombinationen, oder? Eins, drei, fünf. Eins, fünf, drei. Drei, eins, fünf. Drei, fünf, eins. Fünf, drei, eins. Fünf, eins, drei. Gibt es noch andere Kombinationen, die mir gerade nicht einfallen, oder bin ich gerade doof? Äh, das war für den, für den anderen Safe da, aber ja, das habe ich eingegeben. Ich meine, wenn ich das hier drehe, ja okay, dann habe ich eins, zwei, drei. Also fünf, ja, fünf, eins, drei, genau in der Kombination, wie ich es auch gefunden habe. Oh, oder, ich habe quasi dieses Dreieck gedreht auf das da und suche quasi die Kombinationen, die dann jetzt hier stehen, das kann sein, lass uns mal an der Bibliothek drangucken. Ne, es sind drei, drei Digits, ich habe erst gedacht, es sind vier, deswegen war ich verwirrt, was ich mit dem Dreieck machen soll, aber wenn wir actually vier Stück suchen, dann ist das eine ganz andere Hausnummer auf einmal. So, hier ist die Library. Wait, ich darf nicht zu denen gehen, die müssen weiter buddeln. Die darf ich auch nicht umbringen. Die sollen schön weiter buddeln. Bis zum Ende ihres verfickten Lebens. Ich habe schon vollen Ammo. Ich habe schon vollen Ammo. Ich habe schon vollen Ammo-Amo-Amo-Amo-Amo-Amo-Amo-Amo. Ah. Gute Frage, wohin man das nachher hin tracet. Ich würde es fast schon als das hier bezeichnen. Kann ich mal die Karte sehen, bitte? Hard to say. Das ist der große Platz davor. Und dann rechts an das Gebäude ran. Warte mal. Wisst ihr, was jetzt hilfreich wäre? Ein Kompass. Also hier ist das Ding und dann darüber in die Richtung. Quasi. Ich weiß halt noch nicht, auf welcher Höhe. Lady. Ist ja mein wunderschönes Genick. Es ist leider sehr schwer einzuordnen, wo das sein soll. Es kann auch theoretisch gesehen hier unten sein. Ich mach extra einen Dropdown Kick, damit ich ihn instant finischen kann und das Game so... How about you don't? Danke. Ich hab vielleicht noch gedacht, auf der Höhe hier. Ich weiß halt wirklich nicht so hundertprozentig genau, was ich suche. Oh no. Oh no. Oh no. Okay. I would have died. I mean literally died. Not like restart. No. I died in case of I'm dead. Break the rules. Win the game. Hack and grab. Don't mind if I do. But what are these? Ach, das sind wahrscheinlich die Kabel, die nach oben durchgingen, ne? Hm. 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 Da geht's zu Moxys wahrscheinlich rein. Okay, wir müssen nochmal rüber zu dem Dingens gehen. Ah, da ist mein ehemaliger toter Körper. Da kann ich noch einsammeln. Das ist das Symbol. Nice. Okay, den Weg kann ich nicht nehmen. Eine Karte, wo ich auch eingezeichnet wäre, ist echt ne tolle Sache, die ich leider nicht bekomme. Thanks, game. I mean, yeah, you could argue that makes things too easy. I would make the argument that it is nice. Shit. Ein bisschen Licht wäre schon nice. Da. Am Ding dran. Okay. Ich kann das noch nicht so ganz zusammen. Klamusern. Hm. Bin ich dumm, oder was? Also, das hier ist quasi die Ausarbeitung von ihm. Dann hat er das Blatt genommen, hat das gecopy-pasted und da drauf gesetzt. Also, nicht ganz, ne? Aber... Man versteht, worauf es hinausgehen soll. Ist halt quasi das Ding hier nur da drauf gedreht. Aber ich mein, ja, da stehen Positionen... Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Also, da sind ganz klar Zahlen und bei den anderen Orten sehe ich halt keine Zahlen. Also, monkey brain sees things, neural activation. Ups. So, tell me, game. What exactly is it what I'm missing? Fuck, da darf ich nicht langlaufen, weil da meine Buddeleute sind und die sollen auch wieder weiterbuddeln. Sonst bin ich sehr, sehr traurig. So, da ist Bibliothek. Da ist die eine Plague. Und hier geht's rüber in die andere Seite. Aber weitaus mehr nach drüben, ne? Also, nicht nur bis nach da. Sondern vielleicht bis nach hier. Ne, hier sind's, äh, vier Digits. Nope. Also, ich hätte das halt interpretiert als genau da. Also, genau hier. Null. Mach mal einen Trennstrich, Jaden, und schreib mal null auf. Das heißt, hier ist dann doch einer irgendwo versteckt. Ah, ja, lol. Da, die vier. Null, vier. Nicht gut, 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 nicht mich alarmieren jetzt. Also, wir haben ein kleines Problem. Denn wenn da auch nochmal Nummern sind, haben wir nämlich das Problem, dass wir, ähm, in die eine Richtung, wo wir jetzt noch hingehen müssten, keine Möglichkeit haben, wirklich groß ranzukommen. Glaub ich. Zumindest wüsste ich gerade nicht wie. Hi. Wie komme ich da rüber? Oh. Oder sehe ich von hier aus vielleicht was zum Gucken? No fun, no game, no getting Charlie, no. Ah, okay, I see. I see, I see, I see. Das ist später offen. Okay. Ähm. Ich schreibe mir mal ganz kurz selber in den Chat. Null und vier. Und dann gehe ich tatsächlich jetzt, äh, dieselbe Area laden. Nur zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar Ja, komm, wir machen mal nun. Also wir gehen, wir machen jetzt wirklich mal den gesamten Tag hier. Wir machen den gesamten Tag jetzt hier drinnen. Los geht's, Cheers Amazing Stonewall, yeah, nobody cares There's nothing for me here Ist doch egal, warum kann ich das nicht auswählen? Oder weil ich da noch nicht war Genau Charlie ist jetzt zu Besuch Charlie fucking Montague Ich dürfte jetzt auch meine zwei Retries wieder haben Weil ich ja jetzt quasi einen Scene Transition hatte Bitte Leute, fast up Oh 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 Oh, ja, du und hier haben viel in Kauf. Freundschaft ist ein schönes Ding, Juliana. Du solltest es versuchen. Aber ich habe so viele Freunde, Colt. Und wir alle denken, dass du super bist. Und ich glaube, dass du auch nicht groß bist. Okay, selbes Gebiet, aber zu einer anderen Uhrzeit. Willkommen zurück, Jayden. Welche Nummer? 04. Also, wir haben jetzt zwei Kombinationen. Ich habe gerade noch ein zweites Set an Nummern gefunden. Ich muss allerdings erst gucken, wo genau da alles herkommt. Was habe ich auf meinem dritten Slot gerade? Gar nichts. Na dann, herzlichen Glückwunsch an die Sniper. Du kommst mit. Pointless. Genau, also der große Moment, worauf ich warte ist Afternoon. Weil dann passieren hier sehr, sehr viele Sachen auf einmal. Aber ich gucke mir jetzt dieses Gebiet hier mal in jeder Tageszeit an. Um zu gucken, was sich so ändert. Weil im Afternoon macht das Moxys auf. Da werden wir definitiv mal nachgucken müssen, was so los geht. Ah, interesting. Irgendjemand hat das Ding hier wieder enthackt. Irgendjemand hat die Cannon bewegt. Kann ich die jetzt manipulieren? Nein. Wir wissen, dass sie am Abend abgefeuert wird. Was wir aber auch wissen ist, dass der Feuerwehr, nicht Feuerwehr, der Feuerwerksladen, derzeit keine Feuerwehr gemacht. Weil wir eventuell ein bisschen mitgeholfen haben. Ich drücke fünfmal die Mili-Taste. Nichts passiert. Okay, hier kann ich eine Batterie aufladen. Wenn ich es brauche. Bringt das mir was jetzt so da unten lang zu gehen? Ich glaube nicht. Was ich halt brauche. Die letzte... Das war ein Quick-Reload. Nice. Was ich halt jetzt so brauche. Amazing. Wait. Kommt jetzt eine Invasion, wenn sie so eine Ankündigung macht? Eine Invasion wäre jetzt nicht unbedingt hilfreich. Also, um das letzte Digit zu finden, oder nennen wir es das I think Last Digit, müssten wir entweder Trial and Error machen. Wäre auch eine valide Möglichkeit. Julia ist an der Hand. Ja. Nope. Da darf ich nicht hin. Ich habe gerade jemanden mit sehr viel Speed an allem vorbeilaufen sehen. Ja. Ja. Das war ein Spieler. Wo ist meine richtige Waffe? Die kann ja auch quasi von richtigen Spielern gespielt werden. Und ich glaube genau das passiert gerade. Weil das war zu gut von einem Move. Ich weiß nur nicht, wie sie mich finden kann. Ja. Ist ein Spieler 100 pro. Sie wartet an meiner Leiche. Eine Shotgun wäre sehr hilfreich gewesen. Wo bekomme ich eine Shotgun her? Ich befürchte, die Antwort ist von nirgends auf die Schnelle. Ich habe gerade noch eine Konversation nebenbei gehört. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin ein Stück weit drüber. Ich bin ein Stück weit drüber. Sie hat mehrere Minen an meinen... An meinen Deathspot gesetzt. Ich frage mich, ob das Ganze hier eine gewisse Zeit hat. Oder ob das entweder so lange geht, bis ich sterbe. bis sie stirbt oder bis ich die Area verlasse. Was ich jetzt so machen könnte, weil die Radios sind wieder offen. Ich will jetzt eigentlich nicht hier einen auf Coward machen. Das Problem ist, ich habe keine gute Bewaffnung dafür. Zumindest jetzt nicht gegen schnelle, agile Gegner. Ich habe auch keine Abilities. Nevermind, das hat sich gerade geändert. Ja. Sie hat Unsichtbarkeit und Granaten geworfen. Das ist mein letztes Leben. Ernsthaft? Ja. Also ich habe halt keine Fähigkeiten und sonst noch irgendwas. Also was, was hätte ich machen sollen? Unsichtbarkeit ist auch unglaublich stark. Ich habe zwar gesehen, dass da was war, aber ich wusste nicht offiziell, dass es Unsichtbarkeit gibt. Ich hätte wahrscheinlich einfach drauf schießen sollen, aber hey. Das ist schlecht. Das heißt nämlich, der ganze Wix muss jetzt nochmal gemacht werden. Also ab nach abdämmen und los geht's. Besitze ich Loadout? Ja, natürlich. Ich habe meinen Vorpound da, weil ich den freigeschalten habe. Und das bekomme ich ebenfalls, weil gehört halt einfach zum Dingens dazu. Amazing. Äh, nein. Styles interessiert mich gerade relativ wenig. Sag ich mal. Wie ist es? Genau, die zwei Sachen finde ich halt am Anfang jeder Map. Schnellversion von Yggdarm. Dinger kaputt machen, loslegen. Tageszeit ändern. Shotgun bereithalten. Für den Fall, das. Dinger kaputt machen, nicht. Das ist die Flut. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Glück, nicht ein Kuss. Ich glaube, das ist ein Kuss. es ist ein Kuss. Ich glaube, So, das ist ein Kuss. Das ist eine Kuss. Das ist ein Kuss. Charming, aren't they? Also, schnell wäre so. Los geht's. Okay. Ich nur höre, dass dein Freund gerade neben dir disipiert ist. Everything is good. Diese Waffe. Ich weiß nicht, was sie soll. Schmeiß sie weg. Ich hasse sie. Verpiss dich. Gib mir die Nägel. Amazing. Los geht's. Ich habe ja noch zwei von denen dabei. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ich drehe meine Maus übers halbe Brett, aber irgendwie bewegt sich. Ich meine Controller nicht. Äh, mein Dingens nicht. Kann es sein, dass in eine bestimmte Zeit dazwischen quasi erst vergehen muss, bis man wieder, äh, sich drehen kann? Äh, glaube ich ja weniger. Jo, was war das? Jo, was war das? Hat's gerade gelaggt. Ich frage mich, ob man an den Lags ganz unauffällig herausfinden kann, wann jemand invadet und wann nicht. Drei noch. Zwei noch. Zwei noch. Einer noch. Da. Wir werden an der Stelle übrigens auch mal ganz kurz gucken, ob die Nummern immer dieselben sind. Ah, da. Große Shotgun. Yep. Gut Shotgun. Komm jetzt. Das waren alle. Shut up. Please. Können wir jetzt nicht einfach abschalten oder so? Ich bin mir sicher, es gibt noch eine andere Möglichkeit zum Abschalten, aber die tut's auch. Okay, ladies and gentlemen. Okay. Wo gucke ich am besten nach, ob das noch dieselbe Kombination ist? Nicht da, denn da sind literally vier verschiedene Leute. Wir gehen hier drüben lang. Gehen nach hier unten. Und ja, es ist immer noch eine Null. Also die ändern sich nicht, die Zahlen. Gut, wir haben was wir wollten, wir verpissen uns. Next time, same day. Sowohl E als auch Space funktioniert nicht. Man muss die fucking Enter-Taste drücken. Balls. Amazing. 6.000 bräuchte ich dafür. Okay. Sometimes later. Wie viel habe ich? Nicht 6.000. Okay. Okay. Ja, das ist fein. Okay, ab nach Rückendamen. Ich will jetzt nachgucken, was die letzte Nummer ist. Und ja, ich weiß, bei 0, 4 und 7 anderen Möglichkeiten könnten wir Brutforcen. Ziemlich einfach sogar. Aber hey, still. You know what I mean. Es geht ums Prinzip. Ah. Good step. Yes. Water ist the good step. Before someone asks. I just killed you. You did, technically. But you also didn't. It's kind of hard to explain without complex diagrams. How many versions of you are there? Versions? Not really the right term. Don't worry. There's one me that you need to kill. But there's also other me that will try to kill you. See? So you're hiding from me now? Never. I'm always here. You just can't remember where to look. Amazing. Also sind wir da auf Invasion? Because that would be kind of dumb. I'm just wanting to figure things out. Röchte dein Dings aus. Komm, jetzt mach. Go around. Watch me going right through. Smash their machines. Ich suche immer noch hier was für das Ding. Ist ja zufällig ein Crankwheel irgendwo. That would be pretty pug. Not gonna lie. Pretty pug. Danger. Ernsthaft? So viele Leute haben dich da runtergeschossen, äh, runtergestürzt. Und jetzt pullt ihr einen Danger Sign ab? Naja, ich weiß ja nicht. Fuck. Noch nicht. Die Gegner sind jetzt an weitaus anderen Orten platziert. Which, I'm gonna be honest, is not quite what I like. Hab ja, die bereiten hier alles fürs Festival vor. Amazing. Ich wollte gucken, ob das da jetzt so offen ist, diese Brücke. Hast du Strom? Nein. Ist die Brücke offen? Ja. Die Brücke ist offen. Gut. Dann wollen wir da nämlich rüber, damit ich an den letzten Teil der Kombination rankomme. Damit ich sagen kann, ich hab's actually gelöst und nicht geblutforced. Sind die hier immer noch dabei kaputt zu machen? Well, shit. So, I wonder. Was haben die hier ausgegraben? Was gibt es hier zu sehen, was so interessant ist zum Ausgraben? Äh. Also hier ist nichts. Außer im Verlauf des Abends wird hier noch komplett zugemauert. Dann kann man hier wahrscheinlich dran vorbeilaufen. Aber sonst, tut mir leid, wenn ich das so sage. Sehe ich hier gerade noch nichts interessantes. Hast du eine Maske auf? Ich glaube ja, hattest du. Sie macht wieder eine Ansage. Das heißt, jetzt geht's wieder... Jetzt kommt sie gleich wieder. Gib mir nur die letzte Nummer. Komm, gib mir die letzte Nummer. Komm. Es war direkt am Eingang hier quasi. Du brauchst es. Wenn ich dir sage, du es nimmst, dann brauchst du es. Also, wo ist hier die Nummer? Ich warte eigentlich nur drauf, dass da steht, Invasion started. Hm. Los, Jet. Guckt mit. Wo ist hier eine Nummer? Obendrauf, maybe? Wo sind die Nummer? Scheit. Es war hier irgendwo. Also laut der Zeichnung her zumindest. Müsste es irgendwo hier sein. Außer die haben das jetzt natürlich zugebaut. In which case 4. Aber was soll ich dann dagegen tun? Also ernst gemeint, Frage. Ich komme ja vorher nicht hier rüber. Vielleicht ist es weiter unten, anstatt weiter oben. Sieht irgendwie nicht richtig aus. Sag ich mal, wie es ist. Ja, das war nicht ein smart move, ich glaube. Not my best move. Oh, ich habe es fucking explodiert. Ladies, gentlemen. Sehr schön. Stuff. Random shotgun shells. Somewhere. Okay. Dice. Dice in quotation marks. Nele. Also ohne Spaß. Wo soll denn das sein? Warum glaubst du, mache ich ein... Ey, das ist der Typ aus Prey. Also, mehr oder weniger. Ein bisschen. Morgen Freeman. Nein, morgen you. Ähm. But still. Wo soll das denn sein? Also, was bleibt mir anders übrig? Ich gehe nochmal zurück und, äh, gucke auf die Karten-Dings. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich genau an der Stelle, wo ich es vermute, gerade geguckt habe. Gehe ich gerade in die richtige Richtung? I believe I do. Yeah. Also, am Tag scheint es ein bisschen, äh, ein bisschen zu ruckeln, was das hier angeht. Was ich aber nicht ganz verstehe, weil die Grafikkarte könnte eigentlich noch viel schneller arbeiten. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tut. Die läuft gerade mal auf 50%. Bonjour. Not helpful. Not good. Vor allem nicht helpful, weil das überhaupt nicht das ist, was ich suche. Also. Es ist, wenn man reinkommt... Rechts an der Wand. So verstehe ich das, ne? Hier ist der erste Treppenaufgang, hier rechts an der Wand. Tag. Tag. Fuck. Nee, also mit einer Unbekannten und drei Kombinationen nicht unbedingt einfach aufzulösen. Also wir wissen, wo wir suchen müssen. Wir müssen es nur noch hinbekommen, das Ganze auch irgendwie gut umzubauen. Oh no. You're right. There are too many of us. Of you, I mean. Ich brauche leider mein Residual wieder. Oh my fucking god, are you annoying. Wait, shit. Also jetzt fängt es an zu laggen. Das ist jetzt gerade, wenn es actionreich wird, nicht besonders hilfreich. Danke. Danke. Ja, die Animationen sind anders, wenn man gerade im Sprinten ist. Nice. Also, erstes Haus, rechte Seite. Wir sind uns alle einig, das ist hier. Und ich sehe nichts. Es kann halt echt sein, dass das genau hier ist und die haben das zugebastelt. Oder bin ich blind? Es kann immer sein, dass die Antwort ist, ich bin blind. Das ist eine Möglichkeit. Komme ich da ran? Eventuell, ich probiere es noch nicht aus und gehe lieber den Umweg. Es wäre halt echt schade, wenn ich da gerade wirklich nicht rankomme, weil die halt hier diese Dekoration daran geheftet haben. Ist es hier dran? Gut, das war mein letztes Leben. Keine Jump'n'Run Moves mehr, von denen ich nicht weiß, ob sie funktionieren. Ansonsten habe ich ein Problem. Well, shit. So, also jetzt sind wir hier ganz oben drauf. Und wir sehen immer noch nichts. Ich bezweifle leider wirklich, dass man das nicht mehr sehen kann, sobald die die Dekoration drauf haben. Also müssten wir es irgendwie schaffen, hierher zu kommen, bevor die das hier zubauen. Two-Bit ist wahrscheinlich dieser Butler, von dem die damals gesprochen haben. Ja gut, I'm getting the fuck out of here. Einerseits für die Codes, die per E-Mail jetzt kommen müssten. Und andererseits für die... Shut up. Für ein, zwei andere Sachen, die ich nachgucken möchte. Freundlichen Grüßen. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Well, shit. Oh, mir tun die Ohren weh. Die dicke Brille. Hellfire. Slightly increased rate of fire. Amazing. So, Sonnenuntergang. Ganz kurz ins Loadout. Ich möchte mir diese Shotgun... Oder? Ne, ich möchte mir eigentlich den hier... Hier war das, ne? Genau, ich möchte mir diese wunderschöne Shotgun... Infusion. So. Sacrifice Gain. Bringt mir nichts, weil ich die noch nicht habe, ne? Habe es noch 3000 übrig? Ich könnte mir Hellfire, Shotabsorber... Das kannst du eigentlich auch Sacrifice... Because I don't give you a silly fucking shit about that. Sagen wir 4000 irgendwas. Und... Das muss ich nicht infusion, das bekomme ich jedes Mal. Lass ich den ebenso weg. Weniger Schaden ist... Weniger gut. Dann haben wir tatsächlich noch genügend... Damit wir das Ding infundieren können. Amazing. Und damit haben wir quasi unser gesamtes Loadout, das wir gerade haben, jedes Mal zur Verfügung. So, up, damn. Los geht's. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass keine Spieler haben, wie viel was zu denken. Hihihihihi. Und... Dann können wir gut reinlanden. Diese Sprungstange ist da drüben, das aussieht wie so ein Hundekopf. Ist jetzt kurz davor runterzufallen. Was machen die Leute in einem einzigen Tag alles kaputt? Vor allem ein Tag, den man seit Jahren wahrscheinlich immer und immer wieder erlebt. Und jeder kann sich dran erinnern. That is not how human society works, I guess. So, you finally decided to make nice and get with the program? That look like what I'm doing. Just seems like you got cold feet back there. Didn't even kill anyone important. Maybe that was the plan. Like getting your nappy change? Like sucking on your binky? Like being swaddled? You don't get it. Get this, asshole. Message for Colt. Because of your bullshit, I'm on duty till you're dead. So, here's the deal. I left you something in front of the Dorsey Mansion. I spent half a fucking hour gift wrapping everything. Get past me and you can have it. I get you, I go party. So, hurry up, you owe me, motherfucker. What?